Das ist Parsec Productions! Die ist an, jetzt halt die Schnauze! Presents! Langweilig! Presents! Immer noch langweilig! Slender! Alter, ich hab Rückenprobleme! Ich hab mich zu lehnen, ne! Ich hab Alkohol! Ey, ich brauch... Junge, jetzt krieg ich hier kein... Ja, leck mich doch, du bleibst hier! Collect all eight pages! Scheiße, die Fenster, ne! Am Slender zocken! Mit vier random Typen! Eigentlich... Ich weiß nicht, ob's... No, schnauze! Jetzt guckt sie bestimmt... Oh Gott, nein! Junge, die ist zwei Tage weg, ich weiß... Ich will gar nicht wissen, was die da macht, Alter! Die hat meine Vanillesauce mitgenommen! Die hat meine scheiß Vanillesauce! Ja, hallo! Ich bin Tom! Jo Leute, ich bin Philipp! Ich bin Alex! Und ich bin Blani! Echt jetzt? Nee! Ich hab meinen Namen noch nie im Let's Play gesagt! Janik, das ist mies! Pusht es mich! Yay, da ist das Klohäuschen! Yay! Wer fährt sein Bruch! Klohäuschen! 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 Hallo! Aaaah! Doch nicht! FPS Einbruch! Non-FTV! Scheiße! Ich hab ein Schild! Oh mein Gott, ich hab zu Angst! Also, also Intro wiederholt! Hallo Leute! Und herzlich willkommen! Ein Stuhl! Noch ein Stuhl! Scheiße! Scheiße! Der Stuhl fällt gleich rum! Scheiße, der liegt kacke! Scheiße, der liegt kacke! Scheiße, der liegt kacke! Oh, Alter! Junge, deine Mulla nimmt kacke! What the fuck! Äh, oh Gott! Ey, wir hoffen wir nicht auf die Pausentaste! Wo ist die Scheiße? Wo ist der Scheiße? Wo ist der Scheiße? Ich hab noch nicht... Ich hab noch nicht einmal den Scheißzettel im Klohäuschen gefunden! Ich weiß wo der Estrium! Man, der kommt nur ab einer, nee, der kommt schon vorher, ne? Links gleich! Glaub ich zumindest! Rechts! Nee, links ist ein umgekippt! Nein, der Stuhl ist umgekippt! Der Stuhl ist umgekippt! Scheiße! Du bist falsch! Du bist falsch! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Jetzt weiter geradeaus! 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 Ich hab die übelsten Grafik-Bugs! Egal, geradeaus! Jetzt links! Links! Da ist der Zettel irgendwo! Jetzt nochmal links! Da ist der Zettel! Da ist der Zettel! Da ist doch kein Zettel! Da ist der Zettel! Da ist der Zettel! Da ist der Zettel! Und Slender! Jetzt kommt der Zettel! Jetzt kommt der... Jetzt kommt der Bass! Jetzt kommt der... Alter, wie ich das runterdrehen muss! Die Lautstärke, wenn... Leute! Spielt den Twenty Dollars Mod! Der ist geil! Was ist das? Immer wenn ihr Slender seht, kommt ein Lied und es wird gesungen! Give me Twenty Dollars! Give me Twenty Dollars! Da würde ich mich ja aufhängen! Slender! Bist du da? Slender? Ach, ich dachte... Ach, ich dachte, der wär da! Nein! 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 Wir sind gleich tot! Wie viele Runden spielen wir eigentlich? Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Slender! Slender! Wo bist du? Nein! Hä? Mega! Wo ist der FPS-Einbruch? Ach, da ist der FPS-Einbruch! Wo ist der Scheiß? Bin ich mal gesehen! Hä? Alter, hau mich nicht, du Schwanz! Du läufst in der Sackgasse! Was machst du denn? Der ist zauber! Ich weiß! Ich hab selber Augen im Kopf! Ja! Mach mal deine Helligkeit hoch! Guck mal im Baum! Wir sehen nichts mehr! Gleich steht er da! Gleich steht er da! Oh mein Gott! Wir werden weniger entdeckt, wenn wir die Taschenlampe aushaben! Das schlafen hast du! Aber umso schneller steht er vor uns, wenn wir es wieder anmachen! Ich glaube nicht! Das ist so! Ah, schade! Jetzt kommt da schon das Flimmern! Warte, ja! Das Flimmern, da war das Flimmern! Wo muss ich lang? Ich hab keine Ahnung! Warte, ist da nicht was... Da ist doch diese diese... Oh, die geile Wand! Nein! Ey, Jungs! Wir haben zwei... Ja, wer ist das Sack mal übel! Ja! Egal! Schalt drauf geschissen! Nein, links, links, links war die... Paige, egal! Dreh dich nicht um! Dreh dich nicht um! Der steht schon wieder hinterher! Dreh dich um! Dreh dich um! Oh mein Gott, Paige, Nummer zwei! Help me! Paige, Nummer zwei! Und da ist ein Zaun! Scheiße! Wir sind verloren! Junge, leid dich nicht auf mich, Junge! Aber die Leute sind auch nie auf mich! Wo muss ich lang? Keine Ahnung! Geh mal den Nasen auf! Immer den Bäumen lang! Hä, wo? Hä? Ich sehe keine Bäume! Wo bist du jetzt? Das ist den Wald vor lauter Bäumen nicht! Bei du... Muss ich lang? Hallo Leute, herzlich willkommen zu Slendern! Wir sind schon endlich dabei! Ja! Das haben wir schon öfter gesagt! Oh! Das hast du jetzt ziemlich schnell gemerkt, Tom! Der ist eh irgendwo! Der sitzt irgendwo! Was machst du da? Ich bin schlau! Ah, das Licht geht nicht! Mann, das Licht geht nicht! Hast du eigentlich deinen Laptop an Netzteil? Ja, hab ich! Okay! Muss ich lang? Der Sprint ist so wie ne Pussy, Alter! Nein! Alter, dreh dich mal um! Boah, ist das ne geile Nacht! Boah! 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 Ja, geil, ne? Oh! 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 Ich mach rein! Oh! 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 Das ist messes an! Oh! Ichätze! Oh! Ich weiß! Ich fange nicht! Scheiße, jetzt weg! Ich muss das nicht dankmachen! Ruby, Operator! Dornes Scheiße! Lauf du Schlampe! Wieso riech ich auch? Ist das eigentlich ein kleiner Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung. Also ich glaube, wir spielen Slender, oder? Und dieser Junge mit der Taschen aber verfolgt uns. Genau. Wir haben ja zwei Pages, man. Wir finden keine andere. Alter, wenn wir acht Pages finden, fickt er uns trotzdem in den Arsch, ey. Natürlich tute das. Was hast du da last machen? Er nimmt aber nur den, äh, den, der spielt. Pech, Kapladi. Ich bin der gefickte Schwule. Haha. Nein. Doch. Nein. Schwule ist, wer sich in den Arsch schmicken lässt. Aber ich lass mir nicht in den Arsch schmicken. Also der gefickte Schwule. Ich bin doch nicht tot! Oh, der gefickte Schwule, ganz einfach. Oh, Mann. Der ist dergleiche. Der ist dergleiche. Ich seh's schon. Wenn du dich jetzt umdreht, dann ist er da. Dann erschrecken wir uns wieder so und schreien rum. Wir füllen bei denen da alles. Junge, wo muss ich überhaupt lang, ey? Da war doch hier noch so ein Wenbo Scheiße drin. Ey, das ist mein Problem. Hier gibt das ja. Schiebe im Moneyplayersi. Dreh dich nicht um. Dreh dich niemand. Mach ich nicht. Ey, dreh dich mal um. Keine Ahnung, wo der ist. Ey, dreh dich mal um. Aber dreh dich nie um in Slender. Ich will noch was erzählen, als ich Slender einmal zu Hause gespielt habe. Da muss ich kacken. Ne, ich hatte einen Deckenfluter in meinem Zimmer. Also habe ich immer noch. Der Lampenschirm oben ist weiß und das Gestänge ist so dunkel. Und wenn's dunkel ist, ist der schwarz. Du hast dich angeregt? Dann habe ich Slender gespielt und plötzlich dre ich mich um. Sünde, du hast dich umgedreht? Ja. Sünde. Dann war das Slender. Dann war das Slender. Ich habe mich erschrocken, ob das Game direkt ausgemacht und habe mich nach links geredet. Und plötzlich stand da dieser Deckenfluter. Und am Ende des Ständers steht ein Slenderman. Oh mein Gott. Er will mir in den Arsch schicken. Oh mein Gott, Freestyle. Freestyle normal. Wo muss ich lang zum Teufel? Da, da lang, da lang. Geh einfach geradeaus jetzt. Da kommt doch... Am ersten Baum ist da... Ne, wo man startet war doch auch ein Zettel. Links oder so. Ja, da ist der Baum. Siehst du diese Dings da oben? Ja, ich seh die Baumkrone. Oder das ist von Slender. Das ist ein vergewaltiger Häuschen. Shit. Also in dem Haus wird's am heftigsten. Das Haus ist voll Pussy, Junge. Ja, Leute, wir haben eben auch noch Call of Duty gespielt. Alle zusammen und haben kommentiert. Ähm, nicht? Nicht. Wir haben einfach nur rumgeschrien und alle Leute getrollt. Scheiße, da ist ein Baum. Ein Haus am See. Hat voll die gute Grafik, muss man schon sagen. Hat bestimmt Frostbite 2 Engine. Ich weiß immer was Frostbite 2. Natürlich, ich hab... Ich hab The Run gezockt und... Hallo. Ich hab nicht mal gelesen, was da draufsteht. Oh, jetzt kommt die ein bisschen Psychomucke. Nö, hab ich nicht gesehen. Also dre ich mal um. Der war da, oder? Nö. Ich dre ich mal um, dann raus. Nein. Komm so, lass es spannend. Nein. Hallo. Stopp, jetzt spiele ich. Ich stehe nicht. Ich stehe nicht. Auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Uh, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Stö, wir brauchen nicht rausgehen, weil das Lander ist. Oh mein Gott. Draußen ist Lander, deswegen gehen wir niemals raus. Wollen wir nicht rausgehen, wenn wir das auch? Nein. Nicht Raucher. Klohäuschen! Ich hab Mut. Aber... Ja, aber doch, da hab ich mir die... Ja, stimmt. WTF? FB-Einbruch! Mann, der war von der... Oh mein Gott. Alter, immer wenn der vorbei kommt, kommt ein FPS-Einbruch. Oh mein Gott. 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 Leute, ganz ehrlich. Schaut mal bei uns vorbei, Alex und ich. Wollen jetzt schon mal ein bisschen was sagen. Ne, Alex. So. Bitte, mein kleiner Penis. Ne, hab ich nicht. Das ist wahr. Nicht. Ich kann drüber beurteilen, der ist schon im Mund. Oh, jetzt kommt der, jetzt verraten. Alex und ich wollen nur ein bisschen Werbung machen, hier so Schleichwerbung. Nein! Für unseren Kanal. Nein! Wir waren mal X-Flex-Soldiers jetzt und wir Flash-Pictures und das Auto. Das ist ziemlich interessant. Auto! Guck mal bei X-Flash-Pictures vorbei. Alter, deine Mutter kommt. Da kommen bald ein paar Edits so COD und... Schön! Interessiert keinen. Fing an zu flackern. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ich verarschleiß kein Zettel. Da ist ein Haufen Scheiße sonst nichts. Oh mein Gott. Da ist ein Zaun. Warum kann ich nicht da durch? Kann nicht hochklettern oder so. So Sleeping Dogs-like. Einfach mal hochklettern. Oder so muss letztens das Creed Dreister davon an den Bäumen ein Parcours machen oder so. Deine Mutter macht Blink. Deine Mutter macht Blink. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung wo ich hinlaufen soll. Es klackert. Ich hab Schiss. Ich hab Schiss. Aber wortwörtlich. Ich hab Schiss. Ah. Ah. Oh mein Gott. Esser. Wo ist er? Keine Ahnung. Wo ist er? In meinem Arsch. Ah. Ich muss auf Klon. Ich hab Schiss. Ah. Auf der vierten Page kommt der Real Shit oder? Oh mein Gott. Jetzt kommt der. Hier auf der fünften kommt der. Ah. Kommt. Alex und mir war es vierte. Nö. Und zwar trennen wir uns. Stimmt. Wir gehen gerade aus. Drehen uns um. Da steht Slender. Drehen uns wieder um. Dann steht er direkt vor uns. Wieso nicht? Der achtet mir so schwul, man. Das ist ein Mädchen. Nein. Die da oder der da. Ich hab sie. Ich hab das sicher nicht so. Ich hab das sicher nicht so. Ich hab das sicher nicht synchronisiert das Spiel. Glaub mir. Das wüsste ich aber. Ich muss auf die Klon. Geh. Geh. Philippa, Chiss. Geh. Gäbchen. Ich hab Chiss. Ich hab Chiss. Ich hab Chiss. Ich hab Chiss. Ha. 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 Oh mein Gott. Ich hab die Jagdschung. Was? Siehst du aus seinem Schwanz oder? Das ist er weg. Oh yeah. Da muss ich lang. You don't know. You don't know. You don't know anything about me anymore. Oh. Meine Stimme ist grad richtig am abfacken oder? Nein. Ich doch nicht. Alter. Das ist meine Maus wegen dem. Hilft der ihm jetzt beim Schwanz halten oder was? Ja. Ja. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich mal. Leg dich unter den Ball, Onkelficker. Alter, was ist das? Das ist lecker Onkelficker. Du bist dein Onkelficker. Gibst doch zu Onkelficker. So wie du. Onkelficker. Wo muss ich hin? Das war Alex. Das war Alex. Weil Alex jetzt plötzlich hinten sitzt. Fick gehackt. Fick gehackt. Oh ja. Ich will auch mal hinten sitzen. Fick dich mal. Oh mein Gott. Nee, vor allem nicht. Wie hast du geschrien? Scheiße. Scheiße. Keine Ahnung. Scheiße. 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 In meinem Keller liegt ne Leiche. Oh jetzt kuscheln die beiden rum. Süß. Scheiße. 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 Bäume. Boah das ist übel. Man muss. Ich weiß. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht wo ich hin muss. Wollen wir nicht zur Kneipe? Nee jetzt nicht. Alex. Ja. Okay wir gehen. Wir gehen vor Fenster. Machen wir das Fenster gleich raus. Ne man. Mann. Muss ich überhaupt lang? Geil. Naja. Tom. Tom. Was machst du da? Nimm. Alter. Nimm den Schwanz da weg. Alex und ich sind jetzt mal weg. Ähh. Ich bin gar nicht was ihr macht. Ist das Spiel nicht? AHHHHH! Nein. Das hat Bing gemacht. Nein. Nimm mal auf. Mach auf. Was macht das zu Pedos? Dunge mach das. Mach das. Mach das zu. Sonst merkt man immer dass wir morgen geraucht haben. Also ihr. Ja ich sowieso nicht. Digga wo muss ich lang und warum ist das Spiel einfach mal so dunkel? Das kann so. Das ist wirklich so. Irgendwann geht sie leer. Ich machs einfach mal. Ich machs einfach mal. Aus. Alter ich seh gar nichts nur ohne Witz. Ich seh wirklich gar nichts. Ich seh gar nichts. Überhaupt nichts. Ich seh auch nichts. Es ist voll schwarz. Ich hab die. Oh mein Humor ist so schwarz. Ich könnte Baumwolle flüssen. 6 Euro für Divo und 20 Tigerinnen. Nein komm. Alter. Jetzt bin ich hier allein. Allein mit Slender. Slendy Wendy wo bist du? Ich hab Kekse. Ich hab Kekse. Wo ist er? Da. Hast du zu viel gekifft oder was? Warum hast du Hunger? Sag mir nicht du bist unfruchtbar. Den Spruch hatte ich schon. Ja ich auch. Nee. Sorry. Gar nicht. Alter. Ich seh gar nichts mehr. Guck dir mal. Guck dir mal den scheiß Bildschirm an. Niemann. Ich seh. Ich seh. Ich seh. Ich seh. Wankshit. Ich seh gar nichts. Meine Lampe ist glaube ich. Meine Taschenlampe ist ausgegangen. Ich hab keine Batterie mehr. Ja man. Wankshit Demon. Guck dir das Video an. Ich seh. Ich seh gar nichts mehr. Ich weiß nicht mal. Was? Ja ich weiß nicht mal. Ich seh gar nichts mehr. Ich seh gar nichts mehr. Echt schon 10 Minuten? Willst du mich verarschen? Ich bin tot. Jetzt gräb mich! Nimm mich hart, du Schwanzlischer! Und wir sind tot. Nord, 4 von 8. Und bis dann, tschüss! Tschüss!